Ich bin schon mal auf Papier. Weiter geht's mal zu Sebastian. Wir haben den Weltkamp-Singer von Paris, die Bronzemedaille, die wir in der Corona-Meisterschaften haben. Seit November 2016 stand er hier. Jetzt zu uns kommt bei allen internationalen Waffen auf den Protest. Wir wollen uns auf den 1. Stift. Auf Piron, auf Severin, von Zerr-Holzberger und Kimo Taille von drei Trumps. Hi, ich bin Petel Montaillier von France. Ich bin 27 Jahre alt. Ich werde euch heute vorstellen, mein Freestyle ist ungefähr 3.14 Uhr. Ich bin wirklich froh, dass ich hier bin. Ich hoffe, dass ihr mein Programm hat. Le Roi, dance! Musik 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 Ja, das war's für mich. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Die Berichterstattung von gestern aus der ersten Runde, Evo Taillet, sind die Koffer, Hansberger und Führer. Die Berichterstattung von gestern aus der ersten Runde,